Das hätte ich nicht von dir erwartet, Walnuss. Von dir nicht. Weiß lieber so, so, so. Egal, die laufen ja. Gut, jetzt weiß ich nicht wie diese Arschkrampe ist. Genau deswegen. Und sobald die eine Walnuss kaputt ist, setze ich die nächste. Ich glaube, sie verschwindet nämlich nicht, wenn ich sie angeklickt habe. Jetzt müssen wir nur eine gefühlte halbe Ewigkeit warten. Dass der wieder den Eimer so weit kaputt hat, dass er ihn vom Kopf fällt. Ich finde es auch schön, dass ihm erst der Eimer vom Kopf fällt und der als Schaden nimmt, wenn er doch eigentlich an den Füßen angegriffen wird. Ich glaube, ich verliere wenigstens den Eimer, damit ich weiß, dass es gleich so weit ist. Der sollte jetzt aber geschafft sein. Und damit der noch schneller kaputt ist, tue ich ihm noch extra Schaden zufügen. Hahaha, mit diesem hässlichen fiesen Schnurrbart muss er einfach schnell kaputt gehen. Ja, Spaß genug. Der ist auch so schön genug, der Zami. Der braucht nicht noch einen Schaden schnurrbart. Auf, jetzt gib schon um, du Scheißzorn, die doch nicht meinen Arm verloren. Das wird ziemlich verarschen. Level neu starten, okay. Okay. Jetzt kann ich sie eigentlich auch schneller kaputt machen. So, wunderbar. So. Nur, falls da einer durchkommen sollte. Lass ich nicht glaube. Also, diesmal haben wir es besser gemacht. Bei dem Spiel scheint es wohl... Der Trick zu sein ist schnell. Also bei diesem Level in diesem Spielkategorie scheint wohl der Trick zu sein schnell. Alle Vasen gleichzeitig kaputt zu machen. Damit man sieht, wo ist der Eimer-Zummi und den als erstes erledigt. Weil die anderen sind ja nicht unbedingt das Problem, wie ihr jetzt gesehen habt. Ah, das hat uns jetzt unnötig aufgehalten. Mehrverkettung. Mehrverkettung bedeutet schon wieder welche von diesen Knastbildern, die alles in die Luft jagen. Nein. Kann doch nicht sowas da hinsetzen. Kann doch nicht sowas da hinsetzen. Ja, ist gut. Ich hab's schon verstanden. Ooooooh. 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 Man. So viel Gehirn kann man gar nicht haben, wie ich hier verdiere. Was? Ooooooh. Was? Was war? Ooooooh. Ich hab's geschafft. Das war jetzt mehr Verkettung, glaube ich. Oder? Ja. Und das nächste ist Ace of Waves. Äh, Ace of Vase. Was das heißt, weiß ich auch wieder nicht. Also was sie mir damit sagen wollen. Ich hasse es, wenn sie das tun. Ich habe schon gedacht, wie sehr ich es hasse, wenn sie das tun. Ich hasse es, wenn sie das tun. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese Lampe hier habe. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Ich hatte ganz vergessen, dass ich diese ganz kurz wegkomme. Die müssen da auch noch kommen, die Garganturas. Jetzt weiß ich es ja wenigstens wieder. Ich glaube, das habe ich auch wieder verkackt. Wenn ich Glück habe, schaffe ich es gerade noch so, den Eimer zu besiegen, dann habe ich es geschafft. Aber es sieht sehr knapp aus. Naja, wenigstens macht die Erbse doppelt so viel Schaden wie dieses Bodenkraut. Und als Bodenkraut hat immer nur für eine Erbse Schaden gemacht. Das macht ja immer zwei Erbse. Ich bin hier schon in den Eimer und gehe tot um. Wahrscheinlich verliert der gerade so den Eimer und dann lebt er noch. Komm, nichts, bist du tot? Boah. Boah. Juhu. Da musste ich gerade mal das Mikro wegdrehen. Mann, knabber geht es ja wohl gar nicht. Ich meine, ich kriege ja keinen Preis, wenn ich die Sachen beim ersten Mal schaffe. Also nichts Besonderes. Aber. Es ist doch eine Erleichterung, wenn man es gleich schafft. Vasenbrecher endlos. Also da können wir auch keine, oben rechts seht ihr es, 9 von 18 Trophäen. Da können wir auch keine Trophäe bekommen für, weil wie der Name schon sagt, endlos. Das heißt immer noch ein Level, noch ein Level, noch ein Level. Ja, und deswegen starten wir jetzt iZombie. Tada. Das sind die Pflanzen, gegen die wir kämpfen. Moment. Die Zombies haben mich gefragt, ob ich ihnen zeige, wie man Häuser überfällt. Ich hab' dir zugesagt, solange keine Pflanzen zu Schaden kommen. Deshalb hab' ich ein paar Pappkameraden auf deinen Rasen gestellt. Viel Spaß. Also ihr seht, der eigentliche Grund für die Zombien-Invasion ist, dass dieser Vollidiot, wir nennen ihn jetzt diebevolle mal Deppy Dave, uns volle Kanne verarscht hat. Boah, das ist ja richtig heftig hier. Also Ziel des Spiels ist, alle Gehirne auf der linken Seite zu fressen. Und das mit so wenig Verlust wie möglich, natürlich. So wenig Verlust wie möglich heißt natürlich... Wir brauchen die Sonnen... Ach nee, hierbei brauchen wir die noch gar nicht für das nächste Level. Vergessen, was ich gesagt hab'. Hm? Hierbei brauchen wir ja die Sonnen nicht für das nächste Level. Mein Fehler. Wir versuchen das mal so, ob das so klappt, wie ich mir das ausgemalt habe. Sieht bis jetzt ganz gut aus. Bis auf die in der Mitte. Das war nicht so geeignet. Aber diese Rugby Zombies, die halten schon verdammt viel aus. So, und damit hätten auch das erste Eye Zombie Level schon... Oh ja, ach die Gehirne lassen auch immer was da. Münzen oder eine Pflanze. Und da es Nacht ist, wird es vielleicht eine Pilzpflanze sein. Wäre auf jeden Fall cool. Dann hätte ich das auch mal gesehen. Dann hätte ich von jeder Pflanzensorte eine. Oh. Ja. Auf, komm schon. Brett hat das Gehirn. Kein, da ist der Gehirn. Juhu. Ach, hier siehst du, hier gibt es wieder auch... ...einen Saphir. Du hast ein neues Eye Zombie Level freigespielt. Und zwar Teil 2. Sehr geistreich. Wir gucken erstmal in Zen-Garten, was wir für eine nette Pflanze bekommen haben. Wir stellen die Pflanze mal da... Nein, wir stellen die Pflanze mal da hoch. Da muss ich nicht so weit mit der Gießkanne rüber gehen. Na? Ich wollte gerade sagen, langsam müsstest du mal undurstig werden. Ach ja. Das erinnert mich daran, dass ich irgendwann mal gehört habe, dass es mal einen Wettbewerb gab. Bei dem es darum ging, ein Wort zu finden, welches den Zustand des Undurstigseins treffend beschreibt. Satt, was griffig ist, sowie satt, wenn man nicht mehr hungrig ist, also beziehungsweise genug gegessen hat. Wurde, glaube ich, soweit ich das weiß... Ah, also wie ihr seht, der Pilz schläft tagsüber, deswegen brauchen wir für den einen Nacht-Zenn-Garten. Müssen wir uns alles noch kaufen. Machen wir jetzt aber nicht. Wir spielen weiter. Rätsel, 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 Rätsel. Ja, auf jeden Fall, bei diesem Wettbewerb ging es darum, ein passendes Wort zu finden für den Zustand nicht durstig. Oder undurstig. Und ich glaube, es hat keiner gewonnen. Also zumindest ist mir kein Wort aus dem Duden bekannt, das den Vorgang des Undurstigseins beschreibt. Da oben brauche ich, glaube ich, den da. Na, soweit, so gut. Gut, jetzt muss ich erstmal ein bisschen überlegen, damit ich keinen Müll mache. Muss der es gar nicht aufschaffen? Ich versuche es einfach, wenn ich spiele es nochmal, das Level. Ach, ich wusste gar nicht, dass sie denn auch gar nicht verlangsamt werden kann. Nein. Natürlich bin ich auch dadurch. Da ich jetzt genug Sonnen habe, schicke ich da auch einfach mal einen durch. Zur Not schicke ich noch einen hinterher. Jetzt weiß ich auch, warum diese Zombies so eklig sind. Erstmal, wenn man sie selber mal benutzt hat, weiß man, wieso die so richtig eklig sind. Ich meine für die, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte im Let's Play, aber ich meine für die Xbox-Version. Also ich glaube nämlich für die Xbox gab es das Spiel auch, da konnte man auch gegeneinander spielen. Also der eine Pflanzen, der andere die Zombie. Da setzen wir dann, glaube ich, als Einnahmequelle bei den Zombies Grabsteine. Die bringen einen dann Sonnen oder Unheiligen Sonnen, wie man es auch immer nennen will. Also so wie ich das sehe, da wir hier immer schön die Saphire, die im Spiel Diamanten genutzt werden, bekommen. Hast du es drauf? Lass es uns herausfinden. Äh, da wir hier immer Saphire bekommen bei dem Ei-Zombie, kann man wohl davon ausgehen, dass Ei-Zombie höher vom Schwierigkeitsgrad eingeschätzt wird als Vasenbrecher. Also, wenigstens hole ich jetzt die Zeit wieder auf, die ich bei dem anderen verplempert habe. Da schicken wir mal einen durch, das bringt viele Sonnen. Also ich versuche beim ersten Zombie, den ich jetzt immer was servischen, wo ich viele Sonnen kriege, damit ich eine hohe Auswahl habe für die nächsten. Da kann ich auf jeden Fall auch so einen durchschießen. Und dann in der nächsten Reihe auch. Also hier auch. Hier haue ich so einen hin und gleich den hinterher. Ich habe die Aussicht, dass ich in der Mitte auch einen normalen durchhauen muss. Und dann hinten dran eine härteren. Und natürlich versuche ich immer den Zombie, den ich als zweites durchschicke, den Windschatten des ersten Zombies durchzujagen. So, da wo die durchkommen, muss ich immer noch einen nach hinten setzen. Also das muss man auch berücksichtigen. Diese Butler-Zombies, die gehen nur nach rechts. Das heißt, da muss immer noch genug Geld da sein, um einen nach links zu schicken, der dann das Gehirn sich holt. Also falls ihr das selber spielt, bitte denkt daran. Es ist mir schon passiert, dass ich Butler-Zombies durchgejagt habe und keine Sonne mehr hatte dann im Endeffekt, um das Gehirn noch zu nagen. Was halt scheiße ärgerlich ist dann. Ach ja, so kriegt man schnell ein bisschen Gold. Also ein paar Euros. Hier ist ja nicht Gold, die Einwährungseinheit. Nussini!